Wir lieben Leute von wir und von aller Welt, also was wollte ich sagen, es ist heute was Schönes passiert, heute ist ein schöner Tag, es regnet nicht, es macht Spaß und es ist super, morgen regnet es, morgen muss ich arbeiten, da wird es ziemlich nass sein, aber was soll's, es muss man arbeiten, Geld zu verdienen, das ist normal. Also, was ich wollte sagen, hey, hallo Sweet, wie geht's dir denn, ich will dich mal grüßen und die anderen wollten mich auch grüßen, warum sind wir nicht im Video, das ist normal, das Problem ist es, die kommen nicht im Video, warum, die tun das immer sehr gerne, die kommen im Video rein, dann werden sie die ganze Zeit, äh, äh, kommen sie wieder, dann sind sie so bescheiden und sagen, ich bin jetzt im Video, mach Spaß. Aber das Problem ist, wenn ich sie anschreibe oder sage, hallo, kannst du mal runterkommen, ich will mit dir mal reden, dann sagt er, ich habe keine Zeit, ich habe nie Zeit, ich habe Besseres zu tun. Und für mich hat keine Zeit, immer die ganze Zeit, äh, die tun etwas anderes, die kommen nicht mal online, die kommen überhaupt nicht mal online, die, nur dass sie in Video kommen, nur dass sie in Video kommen, dass sie in Video kommen und haben Spaß, sagen, hey, ich bin in Video, ich bin etwas Besonderes, ich bin was Cooles. Das ist gar nicht cool, gar nicht cool, aber wenn ich was will von euch haben, dann die ganze Zeit, ah, wir haben ja keine Zeit, wir haben ja das nicht, wir haben ja das nicht, wir müssen das erledigen, wir haben ja, wir müssen mit Freunden reden und das, was bin ich denn, ein Arsch, ein scheiß Zigeuner, was bin ich denn für euch? Gar nichts bin ich für euch, jedes Mal tut ihr die ganze Zeit für euch Scheiße, jedes Mal, jedes Mal macht ihr Scheiße und ich bin nichts für euch, jedes Mal, für mich und für euch bin ich ein Stück Dreckscheiße, oder? Das ist unfair, was soll das, ihr Wichser? Also mir ist scheißegal, ab sofort, wer will, gerne, äh, gegrüßt wird, bekommt, muss er 50.000 Dollar zahlen, in Video also, die von Video können 50.000 Dollar zahlen, dass sie dürfen rein. Also, Meli, das muss ich dir Lob geben, du hast mir, äh, 5.000 Euro gegeben, 5.000 Dollar hast du mir gegeben, ich grüße dir, Meli, Meli, Melio, das, das ist ein cooler Junge. Ebel Hunter will ich nicht grüßen, weil der Typ ist krank, aber ich habe ihn gesagt, sein Name, aber egal, er ist krank, er, er ist inaktiv, er ist die ganze Zeit gar nichts, er kommt selten online und, äh, verrückt ist er. Aber Meli, das ist ein guter Junge. Hey, Miss Satan, ich wünsche dir viel Glück, hoffentlich werden wir bald, wir beide Kinder haben, das wäre super. Hm, was ist noch Chaos? Ah, Chaos ist ein lieber Kerl, ein süßer Mausi. Oh, Chaos, wenn ich dich sehe und wenn ich deine Stimme höre, schmelzen meine Beine und mein großes Horrorus schmelzt. Oh, wenn du deine Stimme hörst, da wäre mir sofort jeder schwul. Deine Stimme, wenn du hörst, wenn du von Chaos Stimme hörst, sofort wirst du schwul. So eine geile Stimme. Äh, was ich noch wollte sagen, ja, das ist alles, also, aber macht Spaß wirklich und ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg. Euer lieber Komo. Äh, wen muss ich noch grüßen? Wer war da dann noch da? Also, Huber habe ich. Dann habe ich, wen habe ich noch? Äh, was muss ich noch grüßen? Noch andere Leute, aber ich weiß nicht, wem wieder. Aber okay, ich wünsche euch viel Spaß und, äh, alles Gute und sehr viel Erfolg und, äh, alles Liebe. Ich heirate mich, Satan, vielleicht eines Tages, in der Trost, der Trostanadoro. Ashura, Paro, Kuro, Doro. Oh, Sole mio, Satanadoro, Satanadoro, Santanadoro. Hallo, Miss Satana. Ich liebe dich. Du bist süß. Meine kleine Maus. Hey, Darok, äh, Dacor, Dacor, oder, Daco, 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 äh, Darok, oder Darok, heißt er, von Mafia, der Liedermusik grüßen, ja, genau. Der liebe Dacor. Okay, passt. Ich wünsche euch viel Spaß und alles Liebe, euer lieber Komo. Pussi, Pussi, mhm, für die anderen. Peace, um, CV und accord. Peace, um, CV. Buddha,funded, Capital. Bis, um, CV. Vielen Dank.